Auf der Gamescom, das wird so mega krass. Darauf freue ich mich schon. Ja Leute, wie ihr schon seht, ist das mal was ganz Neues hier, denn ich werde heute erstmal euch erzählen, ich werde neue Real-Life-Videos machen demnächst. Und ihr seht ja schon, mit einer anderen Kamera, denn das ist die Canon Legria Mini X, die habe ich mir jetzt mal zugelegt. Und damit werde ich demnächst meine Real-Life-Videos drehen oder ab und zu ein paar kleine Infovideos. Und ich sitze hier gerade im Auto, ich war gerade bei meiner Oma, die hat nämlich Geburtstag gehabt. Und jetzt fahre ich nach Hause, ich werde euch ein bisschen mitnehmen auf der Rückfahrt. Und ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt, schreibt es am besten unten in die Kommentare hinein. Und ich werde mit euch dann gleich nochmal reden, wenn ich zu Hause bin. Also bis gleich Leute. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, jetzt seht ihr ja, ich bin zu Hause Mein Zimmer, ich weiß nicht, ob ihr mein Zimmer schon in so einer Perspektive gesehen habt Ihr seht ja jetzt viel, viel mehr von meinem Zimmer Ihr seht auch zum Beispiel, was ich hier oben habe Auf dem Schrank drauf, eine Pflanze und sowas Und ich war ja jetzt gerade bei Rewe und habe mir erstmal eine Fritz Cola geholt Und zwar eine Melonenlimonade Die werde ich jetzt auch mal aufmachen und probieren Weil die normale, die kenne ich ja Die normale Cola Aber die habe ich halt noch nicht probiert Obwohl da auch nicht Cola draufsteht Sondern Limo Ein bisschen Schleichwerbung machen hier Was ich eigentlich gar nicht möchte Aber wir probieren sie jetzt einfach mal Mal gucken, wie sie so schmeckt Weil Limonade Melonenlimonade Weil Melone richtig geil ist Deswegen musste ich einfach mal mitnehmen Und probieren wir sie mal Und ich muss sagen Die schmeckt wirklich Richtig gut Muss ich sagen Meine Videos rendern jetzt noch ein bisschen Und Ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen Happy Wheels aufnehmen Das werde ich dann auch noch schneiden Und alles fertig machen Und dann werde ich dieses Video noch schneiden Damit ihr seht, was die Tage so Alles ansteht bei mir Also ich versuche jetzt wirklich Wie auf meinem Real Life Kanal Wo ich dann gesagt habe Ich möchte eine Woche Real Life Videos bringen Oder Longboard Videos Aber Longboard Videos ist halt ein bisschen schlecht Wenn ich das jede Woche bringe Weil das Wetter draußen ist scheiße Es regnet nur Und mit dem Longboard kann man da nicht wirklich fahren Deswegen Mache ich halt so Real Life Videos Jede Woche versuche ich das einzurichten Wenn nicht Halt ein bisschen aus mein Zimmer Ein kleiner Vlog oder sowas Und Ja Das war es eigentlich zu diesem Video Und wenn es euch gefällt Leute Vergesst nicht Lasst einen Daumen da Ja und ich werde noch viel mehr mit dieser Cam machen Ich freue mich schon auf Gamescom Mit dieser Cam auf der Gamescom Das wird so mega krass Darauf freue ich mich schon Das alles aufzunehmen Und Silvester Werde ich euch auch mitnehmen Das kommt dann halt ein bisschen verspätet Das Video aber Ich nehme euch mit Leute Und das wird so geil Leute Glaubt mir Das wird mega Denn da werde ich Hamburg erkunden Und das wird crazy Also Leute Habt noch einen schönen Tag Wir sehen uns die Tage bei Let's Plays Beziehungsweise noch einen anderen Vlog Vielleicht Je nachdem Und Bis dann Habt noch einen schönen Tag Und tschüss Leute Aufschübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübzübz